ein kleines zusatz video habe ich für sie noch nämlich zum thema teleprompter das ist unser teleprompter hier im studio hier hinter versteckt sich eine kamera die wird wahrscheinlich auf dem videobild kaum zu sehen sein und dann läuft hier text der dann abgelesen werden kann also gerade für alle die ein skript brauchen ein vorformulierten text um ihr video erstellen zu können für die ist ein teleprompter genau das richtige natürlich lassen sich die schriftgröße geschwindigkeit des textes etc einstellen wie funktioniert das jetzt ist eine ganz einfache technik denn hier unten liegt ein tablet wo die schrift läuft die sieht jetzt ganz furchtbar aus weil sie wird gespiegelt und dann über diesen spiegel hier hinter dem die kamera sitzt reflektiert also hier ist keine technik hinter sondern dieser teleprompter funktioniert über das tablet wenn sie sagen so ein teleprompter ist ja an sich ganz cool aber das mit dem gerät hier das ist mir zu aufwendig ich will einfach nur das tablet haben dann funktioniert das natürlich auch da können wir hier den spiegelmodus ausstellen und jetzt läuft der text richtig rum das hier ist eine kostenfreie app die ich ihnen selbstverständlich hier drunter verlinke und wir haben das einfach als laufschrift das ist der ganze trick an der ganzen geschichte und schon können sie so ein teleprompter selbstständig für ihre videos nutzen und wer es ein bisschen professioneller haben möchte der nutzt einfach so ein gerät mit einem einfachen spiegel und für die bastlerin und bastler unter ihnen das kann man sich natürlich theoretisch auch selber bauen